Ja Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Radiant Dawn. Ja, wie beim letzten Mal gesagt, starten wir sofort ins Kapitel. In der Basis ist alles erledigt. Mit der Truppe könnten wir jetzt ein bisschen Probleme kriegen, weil wir in der Truppe kaum einen trainiert haben. Wir haben Brom, wir haben Nephene, wir haben Tibarn und wir haben Elincia. Das sind die vier Einheiten, die gut sind. Yanaf und Ayuga sind auch noch relativ hoch gelevelt. Und wir werden sehen, was es wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so toll wird. Wir haben den Feind gesichtet. Er ist dort drüben, südwestlich von uns. Wie konnten sie so nah herankommen, ohne dass wir sie bemerkt haben? Waren unsere Leute nicht in Stellung? Wir konnten sie nicht sehen. Die feindlichen Truppen tauchten einfach auf, ohne Ankündigung oder Warnung. Wenigstens einen Vorteil hat er es, gegen eine Göttin zu kämpfen. Es wird auf keinen Fall langweilig. Das stimmt wohl. Alemann, geht in Stellung. Eine ganze Legion, die aus dem Nichts auftauchen kann. Wer sind diese Getreuen? Wenn ich ehrlich bin, ist es mir ganz egal. Ich will nur ein wenig Unordnung zurück in diese Welt prügeln. Schön gesprochen, T-Bahn. So. Gucken wir uns mal die Karte an. Also. Ja, eine Aufteilung in zwei Gruppen wäre durchaus sinnvoll. Eine geht hier lang. Die andere marschiert hier lang. Ja, das müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt machen. Boss, Boss, Boss müsste hier links oben sein. Ihr kennt den Boss. Oder ist er links unten? Oder ist er noch gar nicht auf der Karte? Doch, da ist er ja. Und ihr seht schon von hinten, an dieser Frisur, wer könnte es anders sein als... Valtomé. Von Valtomé, diesem alten Schmierlappen, kriegen wir Val Aura. Angriff mit sehr starker Lichtmagie, getroffene Einheiten werden vergiftet. Ganz toll. Eine komische Anzahl an Angriffspunkten mit 17. Irgendwie so ganz komisch. Aber gut, wir werden diese Lichtmagie bekommen von ihm, wenn wir ihn besiegen. Und wir werden ihn besiegen, denn unser Ziel ist es hier, alle Gegner zu besiegen auf der Karte. Das sind eine ganze Menge. Wir finden hier auf der Karte auch einiges. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich glaube, hier finden wir ein Waffengut. Das heißt, wir sollten uns hier vielleicht mit Tibarn hinbewegen. Denn ich glaube, bei Tibarn ist die Wahrscheinlichkeit in der Gruppe am größten, dass wir das auch finden. Das heißt, Tibarn geht nach unten. Dann schicken wir Brom und Nefiné hier nach links. Tibarn mit Elincia nach unten, was scheiße ist. Entschuldigung, weil wir dann hier keine Einheit haben, die mal Hit and Run machen kann. Hm. Ja, das wird alles noch eine ganz knifflige Sache. Also auf jeden Fall, hier müsste ein Waffengut liegen. Und hier, wo er steht, müsste eine Münze liegen. Und hier müsste eine Münze liegen. Und hier müsste auch eine Münze liegen. Münzen brauchen wir nicht zu sammeln, da gucken wir nicht drauf. Wir haben so viele, haben wir ja gerade in der Basis gesehen. Das heißt, gerade in der letzten Folge in der Basis gesehen. So, Truppenzusammenstellung und so. Einfach Yuga, Kevin, Makalov, ne und du nicht. Khalil, Nefiné, Brom. Und schon sind wir gut beisammen. Yo, Shihak lassen wir auch zu Hause, weil er ist einfach zu niedrig gelevelt. Mit Khalil werden wir wohl auch nicht viel ausrichten können. Aber, naja, Magier mal in der Hinterhand zu haben, kann nie was schaden. Ja. Irgendwie habe ich so ein bisschen Bedenken bei den Kapiteln. Wir werden sehen, wie gut oder schlecht das alles ausgeht. Die Positionen. Ähm, hier ist Baum. Hier ist Baum. Okay. Wo ist Brom? Nach hier. Nefiné mal nach hier. Alles klar. Zeigen wir euch, oder zeige ich euch noch die Lage. Es sind 52 Gegner. Es kommen aber noch einige dazu. Ich glaube, es sind insgesamt um die 80 Gegner in dem Kapitel, die wir umklatschen müssen. Das wird eine Aufgabe. So viel steht fest. So, wir speichern das hier ab. Und dann geht's los. Ja, Spielerzug. Also, als erstes Mal. Brom. Du wartest hier und Nefiné wartet hier. Kann erst mal die Meisterlanze verballern. Wobei, eine Lanze hätten wir ja in der Basis noch geben können, sehe ich gerade. Aber gut, da ist es jetzt auch zu spät für. Drei Felder haben wir hier. Wie sieht's denn mit Elincia hoch aus? Mit Schaden und so austeilen. Vier mal zehn. Das ist ja richtig gut. Der da unten hat auch keine Lanze, oder? Doch, hat auch eine Lanze. Nee. Nee. Gut, hier machen wir weniger Schaden. Werden aber auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit getroffen. Wir werden dann Tauroneo noch verwenden. Um hiermit zuzustellen. Verteidigung 21. Da dürften wir eigentlich nichts Besseres haben. 20. Was habt ihr? Na, verwandelt seid ihr schon eine Ecke besser. Hm. Ranulf. Passt mal auf, wir benutzen erst mal... Erst mal darf Tibarn anfangen. Ganz einfache Kiste. Wandel und druff. Ja, mit Tibarn kann man hier in dem Kapitel eigentlich auch ziemlich viel alleine machen. Das Einzige, was ihm gefährlich werden kann, sind Bogenschützen und Windmagie. Da müssen wir auch unbedingt drauf achten. Genauso wie... Deswegen ist es vielleicht auch echt keine gute Idee, Tibarn und Elincia in eine Gruppe zu packen. Hm. Weil Elincia ja auch anfällig ist gegenüber Böden. Ihr seht, er tötet einen Gepanzerten und kriegt einen Erfahrungspunkt. Hä, das ist ein bisschen mau. Wart mal. Ah, Tau, Neo kann nur hier hin. Was hat ein Elincia für eine Reichweite? Auf 9? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay. Wir greifen dich mal mit Elincia an. Oh, gleich Level-Up. Ach, ein guter. Das freut mich doch sehr. Elincia ist übrigens auch eine gute Kandidatin für Inspiration. Für alle, die das interessiert. Denn sie ist keine Magierin, äh, bekommt aber in der Regel ziemlich hohe Magiewerte. Weil sie eben auch heilen kann. Ähm, und da ist das auf jeden Fall... Ihr seht, sie würde jetzt schon 18 Punkte pro Runde geheilt bekommen. Was ziemlich gut ist. So. So. Jetzt besingen wir Elincia und geben ihm da unten den Rest. Ach, sie doppelt ihn ja gar nicht. Das habe ich ja... Sehe ich ja jetzt erst. Egal, wir greifen ihn trotzdem nochmal an. Jo, starre. Sehr schön. Und beim Herzlichkeit, wo ich jetzt gleich nochmal nachgucken muss, was das überhaupt für ein Skill ist. Tödliche Angriffe lassen dem Gegner 1 HP. Bullshit. Das ärgert mich jetzt so sehr, dass ich eigentlich gerne nochmal neu laden würde, um ihr noch den Skill abzunehmen. Was ist denn das für eine Wahrscheinlichkeit? Der setzt sich immer ein. Wir machen das folgendermaßen. Ähm, ich resette das jetzt nochmal. Weil, ähm, den Skill habe ich übersehen eben. Aber den kann ich an Elincia überhaupt nicht gebrauchen. Ich resette das eben. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir, ähm, hier, wenn ich wieder alles gemacht habe. Und wenn wir direkt starten können. Also Leute, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ähm, Elincia habe ich den Skill verlernt und habe ihn auch gleich verkauft für 1500, weil... Habe ich Jill gesagt? Ich weiß nicht. Ich habe Elincia den Skill verlernt, ähm, habe ihn für 1500 gleich verkauft, weil er eben auch nur für Elincia ist. Aber den kann ich einfach, wenn ich eine Einheit trainieren will, kann ich den Skill einfach nicht gebrauchen. Und wir machen das jetzt hier ganz genauso. Verwandeln uns mit T-Bahn. Und greifen direkt an. Mensch, der ist mir doch in der Basis total durch die Lappen gegangen, der Skill von Elincia. Aber sowas, wie gesagt, der aktiviert sich wirklich immer und lässt dem Gegner immer ein HP bei tödlichen Angriffen. Oh, und wenn ich eine Einheit trainieren will, dann ist der einfach absolut unbrauchbar. Absolut unbrauchbar. Und dann lieber noch 1500 Gold einsacken, als mit so einem Skill hier rumzueiern in dem Kapitel. Wo wir sowieso schon nicht viele Einheiten dabei haben, die wir trainieren wollen. Und eh schon wählerisch sind. So, du greifst trotzdem ihn hier unten an. So, der Level ab eben war ja ganz gut bei Elincia. Mal gucken, was jetzt bei rauskommt. Ja, ist auch okay. So, dann wartest du hier. Achso, wir haben dich ja eben gesungen. Das machen wir jetzt natürlich auch. Und greifen dich nochmal an und hoffen, dass Elincia vielleicht wieder Starre einsetzt. Dankeschön. Und diesmal ist er auch tot. Gleich mal gucken, was Elincia für Resistenzwerte hat. Ah, eine sehr gute Resistenz. Das heißt, die hat auch keine Probleme gegen Magier. Ein Bogenschütze. Zwei Bogenschützen. Ein Armbrustschütze. Das wird alles ganz lustig. Vor allem der Armbrustschütze, der auch einen Nahkampf angreifen kann. Eieiei. So, Brom. Geht nach hier. Nefine nach hier. So, jetzt ist die Frage, wen schicken wir wo mit? Ich möchte, glaube ich, erstmal mit Tauroneo hier noch zustellen. Warten. Dann holen wir Kevin mit nach hier. Und... Lucia geht mal mit nach hier, dass wir hier auch eine Schwertkämpferin dabei haben. Kalil. Hier sind viele Gepanzerte. Hier unten eher weniger. Macht dann mehr Sinn, wenn wir Kalil auch hier links mitschicken. Janaf. Du gehst auch mal hier mit nach links. Knallst dir mal so ein olles Kraut rein. Tja, was machen wir mit Ranulf? Keine Ahnung, der kann sich aber auch mal so ein Kraut reinknallen. Und Ayuga weiß ich auch noch nicht so genau, was ich mache. Oho. Ich bitte um Entschuldigung. Wir wollten uns nicht an euch heranschleuchen. Sicherlich befindet sich dieses freche kleine Königswesen noch unter euch. Das hoffe ich. Sie soll dafür bezahlen, mir einfach getrotzt zu haben. Okay. Valtome, ist klar. Haha. Bam. Ach, da vorn ist ja wieder alles drei breit. Übrigens 37% Crit-Wahrscheinlichkeit, ne? Ja, Nephene, wir wissen doch, dass du es drauf hast. Aber sie will es uns immer wieder aufs Neue beweisen. Sehr löblich, Nephene, sehr löblich. Dass du auf Tauroneo gehst, war zu erwarten, weil er der Schwächste ist. Ha, aber blocken kann auch Tauroneo. Jetzt müssen wir auf die Reichweiten aufpassen. Gerade die, die der Bögen, äh, Bogenschützen. Alles klar. Ähm. Okay, der Mensch mit der Armbrust hat sich nicht bewegt. Das heißt, wir werden hier jetzt mit Amiti angreifen. Weißt du ja eigentlich, wie ätzend das ist, keinen Heiler dabei zu haben. Beziehungsweise, äh, wie ätzend das ist, wenn der Charakter, mit dem man angreifen will, selber der Heiler ist. Hm. Wir greifen dich trotzdem mal an. Komm, daneben, daneben, daneben. Jawohl. Und nochmal. Das lief. Okay. So, Tibarn darf hier auch gleich schon wieder einen aus dem Weg räumen. Wie er ihn mal eben one-hitted. Aber wie gesagt, Tibarn ist hier ein ziemlicher Erfahrungskiller. Aber so wie unsere Truppe hier aufgebaut ist und so wenig Charaktere, so wenig gut gelevelte Charaktere wir dabei haben, haben wir hier keine andere Wahl, außer auf Tibarn zurückzugreifen. Ansonsten hätten wir hier, würden wir uns nur alle schwerer machen, als es ist. So, Nefine. Nefine. Dann rücken wir mit Brom lediglich eins vor. Die alle lanzen. Das ist natürlich extra optimal, ne? Dann lassen wir ihn die Axt. Mal gucken, hier hat sich doch gerade... Ist doch nicht dein Ernst. Windmagie und das auch noch Blizzard. Wie dumm ist das denn? Das ist nicht schön, dass hier abläuft. Das ist echt nicht schön. Also gut. Wie gesagt, Kalil mit nach hier. Oh, oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Gut, keine Fernwaffen. Lucia mit nach hier. Ich denke, Janaf. Und Ranulf. Achso, Razor, du kannst ja Elincia besingen. Dann können wir nämlich mit der Guten den Schwertkämpfer da unten noch ausschalten. Och, gibt dir mal Mühe. Was auch immer das bei Raiyan heißt. So, mit Amity solltest du das ja packen. Genau. Ist echt geil, wenn man ein Schwert hat, was in einem Zug zweimal angreifen kann. Das ist voll gut. So, den Rest lassen wir erstmal wieder rankommen. Gucken auch mal, wäre gut, wenn wir, wenn er jetzt in Reichweite laufen würde. Ui, Mond. Also, ich glaube, mit Brom und Nephene können wir hier ziemlich gut Level machen. Mhm. Ja, nicht ganz so toll. Jawohl, er ist in Reichweite gekommen. Du darfst das an Nephene ruhig verballern. Da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Mhm. Die Gepanzerten scheinen da stehen zu bleiben. Die scheinen so als Barrikade zu dienen. Wir speichern. Das sieht ja ganz gut aus. Ich weiß, dass hier irgendwann in einem der ersten Züge hier hinten auch noch Gegner auftauchen. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das gebacken kriegen und wie viele da kommen. Jetzt aber als erstes mal. Elincia, wie sieht's aus? Zweimal 18 reicht nicht ganz. Egal, wir greifen dich trotzdem an. Der ging daneben. Mal wieder zurück. Und gleich besingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist ja klar. Dann reicht's aber nicht, um noch zurückzukommen. Doch dahin. Oder Tibarn hat doch auch 9. 10 sogar. Dann möchte ich jetzt mit Tibarn den Bogenschützen ausschalten. Erste Gefahr gebannt. Unten steht noch ein Armbrustschütze. Auch sehr gut, dass wir die Münze gefunden haben. Die eigentlich laut meiner Karte hier gar nicht sein sollte, sondern einfällt weiter drüben. Na gut. Ist ja auch wurscht. Ist ja auch voll wurscht. Und du wartest hier. Elincia, du machst das hier. Und kassierst natürlich den nächsten Level ab. Sehr schön. Stärke, Geschwindigkeit. Kannst eigentlich auch hier warten. Tauroneo, Tigern wir nach hier. Und euch zwei holen wir auch mal nach. Verwandeln. Ayuga aber noch nicht. Das brauchen wir nicht. Gut, hätten wir das hier fertig. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wir haben hier definitiv drei Felder. Wobei, ist das ein Baum? Und das ist ein Baum. Dann sind es ja nur zwei. Das ist ja Weltklasse. Dann können wir hier diagonal zustellen. Ähm, ja. Wie weit sind die Finneer und Brom eigentlich levelmäßig auseinander? Überhaupt nicht. So, dann geht Brom nämlich nach hier. Und schon ist alles dicht. Du hast einen Bogen. Da müssen wir natürlich mal so ein bisschen aufpassen, ne? Kommt ihr alle mal nicht ganz so nah ran. So und so. So. Jawohl. Super, dass er sich bewegt. Großartig. Großartig. Jetzt müssen wir gucken, wie wir uns da jetzt mit Tiban schlagen. Ob er da arg in Gefahr geraten kann oder nicht. Im Notfall müssen wir dann mit Elincia eben mal heilen. Oh oh. Okay, er doppelt nicht. Das ist jetzt natürlich... Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. An den Blizzard. Schlecht. Wie sie einfach an Brom alle Mann keinen Schaden machen. Gut. Alles klar. Das war in Ordnung. Wir speichern. Nehmen als erstes. Wobei, wie viel Schaden hat er bekommen eben? Hallo? Einen Angriff wird er noch überleben. Er hat ja eine Mixtur dabei, die gleich 40 auffüllt. Das können wir so lassen. Wir können ihn auch verwandeln. Pass mal auf. Wir verwandeln ihn, dann hält er sowieso mehr aus. Wird vielleicht auch gar nicht angegangen mit einer Resistenz von 20. Genauso verwandeln wir Yanaf. Yanaf. Und warten. So, Tiban. 52 Schaden mit 42 Prozent. Wir machen das mit Tiban. Vielleicht reißt er ja. Macht er nicht. Vielleicht trifft er auch nicht. Ja. Sehr schön. Nächsten Gefahrenherd ausgeschaltet für Tiban und Elincia. Und du fliegst dann gleich wieder nach hier. Schaffst du ihn denn? Ja, aber lässig. Ja. Und fliegst dann auch gleich nach da. Oh, ich habe es befürchtet. Dann stellen wir Tauro Neo halt einfach hier hin. Nur, dass es halt eben dicht ist. Du kannst Elincia nochmal besingen. Denn dann können wir mit unserer Königin nochmal angreifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gehen wir nur mal auf den Schwertkämpfer, sonst kommen wir nicht mehr zurück. Reicht sogar. So, und wieder zurück. Lassen wir den Reiter noch kommen und dann haben wir hier schon mal soweit ganz gut aufgeräumt. Wie machen wir das denn hier am allerdümmsten? Am allerdümmsten kommt Lucia nur nach hier. Ist aber, glaube ich, gar nicht so wild. Liffiné, pass mal auf. Machen wir den Bogenschützen platt. Danke. Stärke, Fähigkeiten, Verteidigung. Sehr schön. Hätte kaum besser laufen können. So, Brom. Geht das denn vielleicht mit der Lanze ein bisschen besser? Mir ist ein bisschen cooler. Hat er so eine Mini-Lanze in der Hand. Sieht genauso witzig aus wie die kleinen Schwerter. Und jetzt, da Brom ein Marschall ist, sieht es noch viel lustiger aus. So, dann wollten wir mit Lucia nach hier oben. Dann ist er eigentlich zugestellt. Ah, Windschneider ausgerüstet. Wie dumm. Keine Fernwaffen? Nee, ne? Da können wir doch mal gucken. Na, immerhin. Die 16 kann sie ihn ruhig mal drücken. Yo. Hätten wir es. Das war abzusehen. Trifft aber mit einer geringen Wahrscheinlichkeit nur. Soll Lucia beim nächsten Mal unbedingt ein anderes Schwert ausrüsten? Das geht ja so gar nicht. Okay, der wird jetzt wieder ein paar Felder zurückreiten. Aber wir wollen ja auch langsam mal nach unten vorrücken. Werden uns den dann mit Elincia im Zweifel schnappen. Hoppala, Tauroneo. Gut. Macht er das, der alte Mann. Haha, daneben. Ja, verballer deinen Blizzard ruhig an. Ranulf 3 hast du noch. 2 hast du nur noch. Das ist ja prima. Speichern. Speichern. Und dann gucken wir mal. 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 Und dann gucken wir mal.